Ich muss etwas gestehen. Kann ich das vielleicht bei Ihnen machen? Gewiss. Es ist beschlossen, Pauline. Ich werde Erfolg haben. Geld, Anerkennung, eine große Schauspielerin sein. Ich gestehe. Und was gesteht Sie? Mein Verbrechen. Wessen bekennen Sie sich schuldig? Des Mordes. Sie gestehen, ich bin der glücklichste Mann auf Erden. Ich auch. Ich meine Frau. Was für ein Glücksfall. Dieses Jahr sind Mörder ganz schwer aufzuspüren.